Ja, tut mir leid, Leute. Gerade ist irgendwie der Wurm drin. Ich versuche es jetzt nochmal, nachdem ich den PC neu gestartet habe. Ja, bis jetzt hatte alles wunderbar funktioniert, aber jetzt, die letzten paar Stunden, hängt sich alles auf. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Naja. Es tut mir echt leid für euch, weil gerade der Spielfluss so ein bisschen gestört wird. Und die Atmosphäre geht dadurch auch irgendwie kaputt, finde ich. Aber naja, hilft ja alles nix. Machen wir das Beste draus und suchen erstmal den Ausgang hier, der ja irgendwo zu finden sein muss. Wenn es hier überhaupt einen Ausgang gibt, vielleicht laufe ich auch nur stopiere im Kreis. Die waren wir noch nicht, oder? Ne. Aber hier hängt so ein komisches Viech. Hä? Und wie mache ich eigentlich nochmal meine Karte auf? Wie mache ich das nochmal? Muss ich mal kurz nachgucken. Optionen, Steuerung. M. Halten. Der schwarze. Der schwarze. Du hörst nur den Schienenwagen, um Windy dich zu erreichen. Sollte ich vielleicht öfters mal nachgucken, was ich überhaupt machen muss. Kann ja nicht schaden, ne? Ach man, wo ist der Ausgang? Wo bin ich denn eben hergekommen? Hä? Lauf ich jetzt im Kreis, oder was? Ich laufe hier nur im Kreis rum. Das gibt es doch nicht. Ich habe mich hier gerade eiskalt verlaufen. Hier wollte ich ja nicht hin, hier komme ich ja nicht raus. Oder war hier ein Hebel an der Wand, oder sowas? Ne. Oder bin ich von hier hinten gekommen? Bin ich doch, ne? Na, da ist mein Schienenwagen. Mein Gott, was für ein Akt. Naja. Fahren wir mal weiter, ne? Was ist das da vorne? Ach, nur Leichen. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Ja, kacke, woher machen muss ich? Wahrscheinlich einen anderen Weg. Die Gleise umstellen und dann... So, zum Glück bleiben die Frames noch so, wie sie waren. Gott sei Dank. Ist die Frage, ob es geplant ist, oder nicht? Der ist Schrott. Ach, kacke. Ich wollte den Fuß weiter. Oh. Krieg ich wieder so? Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Das ist wie eine alte U-Bahn-Tazion. Oh. Noch eine Schrotflinte. Nee, aber ich behalte den Scheiß, den ich habe. Muss es ja nicht übertreiben, wenn ich die Flachen wechseln. Bin ich sowieso kein Fan von. Oh, was ist das? Wenn ich kürillisch könnte, würde ich euch das vorlesen, wohin ich jetzt... Oh. Da hinten klingelt was. Und da ist eine Lampe. Und da schreit jemand. Bis er mich abholen kommt. Oh, das war doch klar. Ich glaube, ich kriege jetzt Besuch. Wahrscheinlich. Oh, ja, dann kommt er mir erst. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, das erste Mal gestorben in diesem Spiel. Ach, kacke. Da habe ich mich echt mega dämlich angestellt. Scheiß, Dreck. Das war doch so ein sinnloser Tod. Scheiß Viecher. Oh, das kotzt mich jetzt schon so ein bisschen an. Wer ist denn das da hinten, der auf mich wartet? Kennt er mich? Kenne ich den? Ja, da muss man sich vielleicht ein bisschen beeilen. So, jetzt muss ich... Darf ich vielleicht hier nicht so einkesseln lassen, oder? Ach, egal. Schafft er schon. Kann ich denn keine gezielten Headshots geben? Nee, das war trotzdem mal so gut, ey. Ich glaube, das kann ich mit Trost vergessen. Noch und das Boot ist noch zu lange nicht. ja ja wie lange brauchen wir noch fuck wieso bist du da alleine du bist ja verrückt wenn du dich ein bisschen beeilen würdest man freuen meine Fresse meine Fresse meine Fresse meine Fresse ja was soll ich machen jetzt sind wir erstmal in der Fahrrinne und planen den Kurs zur Basis oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott der Schnee an der Oberfläche beginnt zu schmilzen zu den vertrauten Schienenwagen haben sich nun Boote gesellt und Fischer und einer davon ist gerade Oh Entschuldigung das wollte ich eigentlich nicht machen, ich wollte es eigentlich auch selber hören aber ich habe ausprobiert das ist ein Angler das ist ein Angler? was angelnst du denn bitte? ein Ball nach oh das hat das hat das hat aber sehr früh gesagt das war knapp das war knapp du musst hier vorsichtig sein es sind nicht nur Fische im Wasser das wirst du schon bald selber sehen halte dich an der Rähling fest wenn ich dich warte so Tabulator Eintrag bevor ich hier wieder mit Balken gegen den Kopf knalle und lese euch erstmal schön hier alles durch ach ich Idiot ja danke ja hab ich ja auch jetzt Scheiße machen wir nur einmal ja von einem Schienenfahrzeug auf dem Boot die mögen keine Geräusche und dies ist ihre Welt sieh nur wie sie dort ruhen was ist denn so Fische? ruhig wir wollen euch nichts tun ja das ist egal niemand weiß woraus diese mutiert sind wir nennen sie Schrimps hässlich wie die Nacht aber eine gute Meizung insbesondere mit Bier also das Wecker sehen jetzt nicht aus aber ich stehe auch nicht kurz vorm Verhungern will ich aber ich stehe auch nicht kurz vorm Verhungern will ich oh die könnten uns zum Gentern bringen irgendwie geht man besser irgendwie geht man besser nehmt das ihre Miststücke cool Idee was für beruhigen dass die alle aufgeschreckt werden verarschen nehmt das immer die langsamer das hat aber die uhr red die 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 Trittst du nicht mit irgendeiner Scheiß-Säure voll? Das fängt schon ab, wenn ich weiß ob man eine Möglichkeit hat, hätte ich das zu umgehen. Aber egal. Ich sollte doch E drücken, warum hat das jetzt nichts gebracht? Ach komm!